Was in dieser Folge geschehen wird? Niemann, Sie! Tagebuch, oh, was ist das hier? Liebes Tagebuch, Experiment A78. Der alte Nachbar war zu neugierig, ich muss ihn loswerden. Oh, oh, ah, 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 dann ist sie... Ah, guten Morgen, liebe Hamburger, Bürger der Gesellschaft. Zwei Nachbarn sind gerade im Urlaub. Wir haben jetzt hier Stände mit Holz und der einzige Nachbarn, den ich mal unterhalten kann, ist nur der hier. Kein Zugang, kein Zugang, was ist das? Erstmal klingeln. Ich will eben... Wer kommt jetzt? Oh, hallo. Oh, okay, okay. Warum ist das so frech? Du hast nicht in meinem Raum verbogen. Auf dich. Ah, ja, Entschuldigung. Hier ist der Post, hier ist der Leck. Nehmen Sie. Bis morgen, mein Kamerad. Dankeschön. Äh... 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 Dieser Tür sieht es seltsam aus. Ich geh mal rein. Eine Eisentür, ich mach dich an und ich mal zu. Ja? Eisentür. Das ist ein Tagebuch. Oh, was ist das hier? Äh... 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 Hier stinkt es nach Blut. Äh... 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 Ich muss nach weiterhin forschen. Die Tests laufen schlecht. Ich schaffe es nicht, ihn zu kontrollieren. Ich brauche mehr Opfers. Ich habe einen neuen Schnachbar. Schauen wir, ob er also neugierig ist wie der alte. Wieder zu Hause. Äh, kommt. Puh. Versteckt. Warum ist die Tür auf? Nichts weiß. Ich bin einfach zu faul. Jeffrey, ihr warst der Junge, nicht zu färmer, aber ihr... Ich muss weiterschreifen. Die Lava ist schon fertig. Ich geh mal schlafen. Ich geh schon mal. Ich hoffe, er... Ich hoffe, er hat mich gerade gehört. Ich geh jetzt zu Hause und ich geh dann den nächsten Tag zu der Polizei. Ich geh jetzt mal schlafen. Hey! Oh, oh. Ah, ah! Ah, da ist die... Wow! Was war das? Hä? Wieso schaut der Nachbarn mich so an? Hä? Der Nachbarn ist schon komisch. ich gehe zu nein durch wachsen ich muss schnell zu polizei hallo 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 tschuldigung morgen 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 diese nachbar diese neue nachbar dahinter ja diese mann ist komisch hat mich komisch angesehen und ich war mal kurz drin bei ihnen und daran ist nicht so schöne dinge und ich habe ein buch von ihm das steht er hat mich begutachten also er hat mich beobachten tut mir leid zeig mir das buch hier interessanti schau mal diesen nachbar vorbei bitte ich fühle mich sehr unbefassbar hallo 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 ich habe beschwerde von diesen faktiskt machen sie das noch einmal und ich komme mit ne karte zurück Wieso? Wieso? Okay, aber du mein Lass. Schügel, gibst du. Gefällt mir. Tut's. Boah. Aber ich bleib. Diese Warte bleibt. Otero, Soda. Nein, ich will mitschauen. Ich bin die Zeugin. So, wie ich es gesehen habe, gibt es keine Probleme. Auf jeden Fall ziehen. Und du verpüßt. Ich überleg seit wie ich schon seit 2 Stunden in meinem Bett was ich machen soll. Das gibt's nicht, dass der Polizist nichts dagegen unternommen hat. Ich muss mal in sein Haus mal schauen. Kein Zugang. Ich war bis jetzt noch nicht ins Haus. Drei Bücher. Hm. Keine Ahnung, was da steht. Oh. Was ist hier drin? Ich wollte es nicht machen. Ich schläft da. Ich schläft da. Und puh. Oh Gott. Ich muss mich verstecken. Oh mein Gott. Oh. Ich schau mal oben. Was ist hier oben? Was ist das? Ich hab's gewollt. Was? Nein. 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 Auf. Oh. Wieder ein Traum. Oh mein Gott. Was war das? Egal. Fortsetzung folgt. Oh Gott. Oh Gott. Egal. dass ich so schön einfacher sagt. Oh Gott. zumindest einfach sehr wichtig. Vielen Dank.